Ich glaub ja auch, ich war ja vor Ort, ich hab mir das ja angeguckt, ich war ja in Elphan in Südtirol, hab mir das ganze mal angeguckt und hier ist der zweite Teil von meinem Erlebnis bei den Deutschen. So, wir befinden uns jetzt hier direkt vor dem Mannschaftshotel, das ist das ganze Ding. Jetzt mal schauen, wer da noch so ist. Hab keinen gesehen. Du bist, glaub ich, am höchsten. Siehst du jemanden? Wer ist denn hier der Kleinste? Die Vicky ist die Kleinste. Sollen wir die Vicky einfach mal über den Zaun werfen und gucken, wer da ist? So, als feurianisches Pferd. Servus. Jo, alles gut? Und der Andi Köpke. Andi Köpke. Miro. Kein Salto auf dem Fahrrad, Mann. Ey, Thomas. Thomas Müller, versuch doch mal mit allen Tricks in meine Sendung zu kommen. Thomas, ein leerer Bus. Das ist der Mannschaftsbus der Italiener. Ist leer. Manuel. Servus. Hallo. Ich sag nur Journalist, Muni. Sie haben gar nichts. Wir brauchen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Wir wollen alle, dass es passt. So, das ist jetzt der Mannschaftsbus, die die noch nicht Fahrrad fahren können. Die sind jetzt alle hier drin. Und zwar Mario Gomez. Der gibt mir einen Daumen nach oben. Dann ist der Ginter. Von hier sieht man keine Grenzen. Und der Rest der Truppe. Und tatsächlich Mesut Özil auf der Rückbank mit dem Handy in der Hand. So, wie man sich das vorstellt. Für Sie vor Ort. Luke Markridge. Sat.1 Sport. Hi. Hi. Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank.